Das hier neben mir gucken wir uns gleich genauer an, denn das sind die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinserhöhungen und auch wenn ihr es jetzt noch nicht so gut erkennen könnt, die Zinserhöhungen scheinen erstmal vom Tisch, das geht auch einher mit Notenbankern, das geht einher mit den Renditen, die wir bei Staatsanleihen sehen, die aktuell ein bisschen zurücklaufen, etwas stärkere Aktienmärkte, also leichter Rückenwind zum Ende der Woche, trotzdem bleibt die Anspannung da, die Wirtschaft schwächelt. Die Wirtschaft ist aber nicht am Abgrund und das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied, den ich gleich herausstellen will. Wir gucken natürlich auch auf China, da gab es nochmal etwas Positives zum Wochenende hin und alles andere, was sonst wichtig war, jetzt zusammengefasst. Zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Video. Hi, mein Name ist Mirko und ich hoffe es geht euch gut. Jetzt habe ich tatsächlich den Bitcoin Indikator angelassen, der noch aktuell rot zeigt. Das war eine wilde Woche für den Bitcoin Kurs, da gucken wir gleich natürlich auch drauf. Wir schauen aber erstmal, wir sind jetzt schließlich auch auf dem Finanzwissen, ach hier ist das Finanzwissenkanal, wir schauen erstmal drauf auf die Kacheln. Ihr kennt das Prozedere, wir schauen erstmal auf den Gesamtmarkt, da sehen wir insgesamt grünes Bild, auch hier immer wichtig, das ist nicht die komplette Montag bis Freitag Performance, sondern immer noch letzte Woche mit drin oder ein Teil der letzten Woche. Deswegen sehen wir Apple etwas stärker mit 4%, dort gab es jetzt auch eine Ankündigung, neue iPhones, neue Sachen werden vorgestellt, das zumindest die Spekulation. Ja, ein September-Event bei Apple bedeutet eigentlich genau das. Gucken wir gleich nochmal drauf, wir haben Google ansonsten stärker, Microsoft leicht im Minus. Richtig krasse Gewinner drängen sich jetzt nicht auf, AMD noch ein bisschen im Minus, Nvidia gibt leicht Gewinner ab, aber insgesamt doch ein grünes Segment. Wir haben Tesla etwas stärker unterwegs mit 8%, das meinetwegen dann schon auch durchaus der Gewinn auf Wochenbasis. Der DAX auch eher, sag ich mal, unentschlossen. Wir sehen, dass der Markt, ja, wie soll ich das sagen, positiv und negativ zugleich ist, denn ja, letzte Woche war es dann wieder ein bisschen düsterer, diese Woche ist es wieder ein bisschen klarer, das kann nächste Woche sich direkt wieder wenden. Der September ohnehin immer auch ein schwieriger Monat für die Märkte, aber wir sehen es eben hier auch im DAX so ein bisschen, klare Tendenzen gibt es nicht. Automobilhersteller lassen wieder ein bisschen Federn, die Wirtschaft in Deutschland unter Anspannung und das muss man mal klar sagen, das ist das einzig klare Bild, dass die europäische Wirtschaft, dass die deutsche Wirtschaft wirklich wankt, jetzt nicht komplettes Chaos ausbricht, aber wir definitiv in einer Abschwung-Dynamik unterwegs sind. Der Kryptomarkt, der ist ein einziger Pump and Dump. Wir sehen auf Wochenbasis für Bitcoin plus minus Null, das nach einer wilden Achterbahn. Am Montag ging es hoch für den Kurs, wir gucken gleich mal im Detail nochmal schnell drauf. Da gab es positive Nachrichten von Grayscale, die haben eine Klage gewonnen gegen die SEC. Es geht eigentlich immer nur noch um Bitcoin-Spot-ETF, ja oder nein und wann kommt der und wenn was positiv ist, geht der Markt hoch, wenn negativ, geht er runter. Und eigentlich ein Null-Summen-Spiel, dann wird ein bisschen mit Altcoins gezockt, Gewinne werden dann in der nächsten Woche wieder abverkauft. Sehr, sehr dynamisch, sehr volatil, weil das Interesse sehr niedrig ist, die Orderbücher dünn und entsprechend die Marktdynamik angefacht wird. Also ich hatte es gerade schon gespoilert, Bitcoin-Spot-ETF, der wurde jetzt verschoben, deswegen ging es dann nochmal zum Wochenende hin bergab und deswegen heute große rote Zahlen bei Bitcoin zu sehen. Der iShares von BlackRock, auch der wurde verschoben auf die Second Deadline am 17.10. Ich bleibe bei meiner Prognose, die ihr vielleicht vom Kryptokanal kennt. Es wird erst ein Spot-ETF im März geben mit der finalen Deadline für BlackRock und das wird der erste Spot-ETF und dann haben wir ein ganz anderes Fundament und dann kommen wir hoffentlich raus aus dieser Todeszone hier. Ich habe das Tote-Hose-Zone dann genannt, nachdem es Unkenrufe gab, aber in dieser Zone ist nichts los und die haben wir, liebe Leute, seit März eigentlich bei Bitcoin. Ja, ein bisschen Volatilität, sau niedriges Volumen, ablassendes Interesse und dann eben auch bezeichnend, es passiert erst nichts, dann Pump, dann Dump und that's it. Das ist Krypto im Jahr 2023, traurig, aber wahr. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auch was fundamental ist, dann gerne auf meinem Kryptokanal schauen, wenn ihr euch sowieso schon kennt, würde ich mich auch über ein Abo freuen und Unterstützung hier auf dem Kanal, der auch ein bisschen größer ist schon als dieser Kanal. Und übrigens Leute, das ist mein erklärtes Ziel. Wir haben jetzt den 1. September, ich möchte unbedingt dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten schaffen. Das heißt, wenn ihr Freunde habt, Familie, die noch irgendwie Finanzcontent haben wollen oder vielleicht einfach gerne ein Abo dalassen wollen, dann gerne, gerne hier auf meinem Kanal. Es würde mich mega freuen, wenn wir in diesem Marktumfeld, was schon schwierig ist, was von Desinteresse geprägt ist, noch die 10.000 in diesem Jahr knacken könnten. Also, da lasse ich dann auf jeden Fall auch die Hosen runter. Nein, mache ich nicht, dann werde ich bei YouTube gesperrt, denke ich. Gucken wir mal jetzt ins Detail, in den S&P, also jetzt das große Marktbild nochmal wieder zurück. Wir sehen, dass wir gute Supportzone hier haben. Im 4300er-Bereich, ich hatte euch das ja eingezeichnet, ich ziehe das Ding jetzt auch nochmal wieder ein bisschen länger, denn ich denke, darum werden wir uns erstmal auch eine ganze Zeit lang schlängeln, solange nicht wirklich mega krass negative Nachrichten rauskommen in Bezug auf US-Wirtschaft, Inflationsdaten oder, oder, oder. Oder, anderes Beispiel, Inflation steigt doch nochmal heftiger und die Zinskurve ist doch noch nicht am Gipfel angelangt. Also, es gibt viele Szenarien, aber ich sehe auch die Luft nach oben eher dünn. Ihr seht hier noch diese blaue Linie, die würde ich sagen, die wird eher schwieriger zu erreichen sein. Wenn sie erreicht wird und durchbrochen, dann ist hier auf jeden Fall nochmal Luft, wenn wir mal rauszoomen auf die nächste blaue Linie, die ist aber dann erst das letzte Hoch in 2022 bei 4800. Sehe ich aktuell ehrlich gesagt nicht die Dynamik im S&P, es zeichnet sich eigentlich ein ganz, ganz klares Bild. Der Markt aktuell zwischen, ja, der Realität, nämlich der Tatsache, dass man jetzt in einem Wirtschaftsbild gerade in den USA angekommen ist, wo man zwar Abschwünge erahnen kann, die sich auch nach und nach abzeichnen, aber nicht so deutlich sind, dass man in Panik verfallen muss. Trotzdem kann sowas sich ganz schnell einfach beschleunigen. Achtet da einfach drauf, würde mich im September nicht überraschen, wenn hier die Dynamik eher nochmal Richtung Supportzone geht. Wenn sie hält, gut, wenn sie fällt, auch nicht schlimm, denn ein klärendes Gebiet, da brauchen wir so oder so irgendwann und je früher, desto besser. Die Indizes ist ansonsten heute zum Wochenauftakt nochmal, äh, Wochenende, nochmal freundlich. Der DAX fast bei 16.000, die asiatischen Märkte sehr stark, der Blick auf die anderen Märkte zeigt auch eine klare Sprache. Wir haben eigentlich seit dem Hoch am 23. August, also letzte Woche, deutlich wieder Abschwünge gesehen in der Rendite, weil hier eben der Markt auch jetzt nach und nach einpreist, dass wir womöglich den Zinsgipfel erreicht haben könnten. Der 4-Greed-Index ist ansonsten im neutralen Bereich unterwegs, ging Richtung 4, hat sich jetzt ein bisschen bestätigt hier erstmal im neutralen Bereich und genau da sind wir. Ja, wir sind irgendwo zwischen, ja, es kommt mal was Positives, dann kommt mal was Negatives. Also ähnlich wie bei Bitcoin eigentlich jetzt gerade eine Seitwärtstendenz mit eher Zug nach unten, weil eben die Wirtschaft irgendwann auch Spuren hinterlassen wird. Und ich sage es ja immer wieder, dieser Markt ist ein zäher Kaugummi, ja, er wird vielleicht noch zäher und noch länger und das ist unangenehm, denn je länger Unklarheit, desto beschissener ist es. Und hohe Zinsen werden irgendwann die Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, stark nachgelagerter Effekt, aber wenn er dann kommt, dann wird es an den Märkten auch nochmal rappeln. Davon bin ich weiterhin überzeugt. Muss kein Crash-Crash sein, wo es noch tiefer geht, aber, ähm, für mich auf jeden Fall vielleicht nochmal die Chance, um es dann ein bisschen die Sparplanraten zu erhöhen, das mal aus der persönlichen Brille. Ja, gucken wir jetzt mal auf den Economic Calendar, da hatten wir diese Woche ein paar wichtige Daten. Arbeitsmarktdaten, nämlich die JOLZ-Job-Openings, die waren schlechter als erwartet, das sogar deutlich. Ihr seht es hier, 8,8, der Vorkast war bei 5, also 9,5 Millionen ungefähr. Das war schon eine ordentliche Schelle, hat aber gar nicht für den krassen Abschwung gesorgt, sondern eher für Erleichterung, dass damit eben der Zinsgipfel wahrscheinlicher ist. Und das ist auch, liebe Leute, wichtig, das ist ein kurzer Effekt, ja. Kurzfristig denkt man, oh, das ist gut, Zinsen steigen nicht weiter, damit ist es erstmal gut, kommt irgendwann auch wieder billiges Geld, dann kommt aber das böse Erwachen, nämlich die Erinnerung daran, oh, ist ja gar nicht so geil, wenn die Wirtschaft nicht gut läuft und weniger Jobanträge gibt und so weiter, ne. Ah ja, ist nicht so toll. Und dann merkt der Markt eben auch, dass Korrekturen kommen, deswegen sind auch solche Korrekturen oft nachgelagert, dann, wenn die Zinswende nämlich kommt und auch die Zentralbank sagt, ey, die Kacke ist am Dampfen. Das Bild zeichnet sich in China gerade auch bei den Aktien, die ihr dort seht und den Werten sehr gut ab. Etwas, was uns hier noch erwarten könnte. Nicht muss. Gucken wir weiter, da gab es noch am Donnerstag Inflationsdaten aus Europa, da haben wir auch Inflationsdaten aus Deutschland bekommen, 6,1. Alles wie erwartet, auch die PCI-Daten aus den USA waren wie erwartet. Wir haben ansonsten noch heute Nachmittag die Non-Farm-Payrolls, die konnte ich heute nicht mitnehmen, bin gleich noch auf dem Weg nach Amsterdam. Und ansonsten nochmal Unemployment Rates, also Arbeitsmarktdaten, die, denke ich, auch so ausfallen werden, dass man vielleicht hier leichte Tendenz nach unten sieht. Das wiederum wird eher besträftigen die Leute, dass der Zinsgipfel erreicht ist. Wichtig, und das hat Game of Trades nochmal geteilt, um mich hier nochmal diesen nachgelagerten Effekt zu verdeutlichen. Die orangene Linie sind die Unemployment Rates. Die steigen, hier im grauen Kasten, sind Rezessionen. Die steigen natürlich in einer Rezession, die man erst nachher erkennt. Denn wenn man mittendrin ist, kriegt man es zu spät mit, ist ja ganz klar. Wirtschaftsdaten sind immer auch nachgelagert. Das Schwarze sind die 10 und 1-Year-Treasury-Yields, also der Spread. Und das ist ja diese Zinsinversion, von der ich immer gesprochen habe. Und jedes Mal, wenn es eine Zinsinversion gab, gab es auch danach eine graue Phase. Nachgelagert eben eine Rezession. Und wir sind tief, tief in der Inversion drin. Und jedes Mal auch nach einer Inversion ist hier der Aufschwung eben zu sehen, dass Arbeitslosenzahlen deutlich hoch gingen. Und ich sage euch, liebe Leute, es wird auch dieses Mal so kommen, weil das einfach normale Ökonomie ist. Es muss so funktionieren. Was dagegen wirkt, ist, dass viele billige Geld noch aus der ganzen Corona-Phase, was das Ganze so zäh macht, aber vielleicht auch zäh genug, um sowas durchzuhalten und nicht ganz so extreme Schwankungen dann zu erleben, wie es dann zuletzt in den letzten Rezessionen waren, die dann auch ein bisschen länger waren. Alle Spekulationen ist auch natürlich eigentlich eher was für den Ausblick. Wollte ich euch aber nochmal mitgeben, damit ihr einfach hier das Verständnis aufbaut, wie diese Dynamiken funktionieren. Und dass das hier diesmal eben auch einfach viel, viel länger dauert. Und dass es normal ist auch, dass es länger dauert, dass es nachgelagert ist. Gucken wir jetzt auf die Probabilities, die ich im Intro gezeigt habe. Jetzt mal in Klarsicht beziehungsweise ein bisschen größer. Dann könnt ihr es auch besser erkennen. Ihr seht aktuell 89% Wahrscheinlichkeit sieht der Markt, und das sehen wir auch an den Renditen der Staatsanleihen, 5,25,5 würde bedeuten Zinspause. Die sieht der Markt bis zum 20.03. Den Zinsentscheid dann eben im März. Und dann könnte es schon Richtung Zinssenkungen gehen. Und das wäre der Wendepunkt. Das wäre super, wenn das passieren würde. Das wäre aber auch der Punkt des Maximum Pain. Denn dann würde der Markt auch wissen, die Wirtschaft läuft nicht gut. Das hat Spuren hinterlassen. Hoffentlich nicht zu tiefe Wunden. Aber die müssen dann erstmal geleckt werden. Und wenn dann die Zinsen runtergehen, kommt auch irgendwann wieder die Wende, dass man quasi die niedrigen Zinsen wieder für mehr Risikoaffinität nutzt. Die Märkte wieder auch mit mehr Geld bespielt werden. Und die Risikoaffinität einfach steigt. Das wäre dann wieder der schöne Effekt, den wir dann 2024 sehen könnten. Und im besten Fall dann eben zum Ende des Jahres auch mit einem neuen Hoch. Und eben hier Mitte des Jahres dann vielleicht wirklich auch so Wendepunkt am Aktienmarkt. Das wäre super, wenn das nächste Jahr passiert. Ich habe keine Lust bis 2025 zu warten. Bin ich ganz ehrlich. Lass es krachen. Und dann werde ich aufsammeln. Und dann freue ich mich auf die nächsten 10 Jahre. Die werden sicherlich deutlich besser dann nochmal wieder werden. Gut. Gucken wir nochmal. Und übrigens auch. Also das ist auch wichtig. Wenn wir jetzt schaffen sollten, kein Landing und alles irgendwie doch ganz cool. Dann ist das nur aufgeschoben. Irgendwann muss es auch mal knallen. Es ist ein normaler Zyklus. Es geht auch mal deutlich runter. Und das wäre nur gesund. Das nochmal an der Stelle. Ich freue mich auf die Apple-Präsentation am 12. September wird es soweit sein. Ein neues iPhone ist fällig bei mir. Leider gibt es keine Minis mehr. Die habe ich immer gerne genutzt. Mal Informationen an der Seite. Wir gucken aber auf einen lächelnden Tim Cook. Und ich bin gespannt, was vorgestellt wird. Aber auf jeden Fall wird das die Märkte natürlich interessieren. Jetzt brauchen wir aber auch nicht denken, dann geht es richtig ab. Was passieren könnte? Und das ist meine persönliche Prognose. Es gab ja ein bisschen Spekulationen, dass hier weniger iPhones produziert werden können, weil es Lieferingpässe gibt und, 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 und. Also ein paar Problemchen. Sollte das sich herausstellen, dass die Lieferzeiten sehr lang sind, dann wird das sehr, sehr schlecht für das Apple-Geschäft. Die werden Weihnachten richtig aufsammeln müssen, um hier die Aktionäre zu überzeugen. Und wenn da was Negatives kommt, dann könnte es den Kurs nochmal belasten. Sonst passiert da nichts. Die USA hat sich nochmal Nvidia und AMD vorgeknöpft, deswegen AMD auch ein bisschen schwächer. Dort gibt es jetzt Restrictions für den AI-Chip-Export. Ja, Middle East-Countries dürfen nicht beliefert werden. Wenig überraschend an der Stelle ist jetzt auch nicht der Kern, warum es da vielleicht ein bisschen weg abging. Die liefen zuletzt ja auch wirklich gut. Das sind Risikoreduzierungen, Gewinnmitnahmen, die man mit gutem Recht auch, die man machen kann. Der Blick aktuell der Welt liegt immer noch auf China. Hier sind wirklich gemischte Gefühle. Es gibt immer wieder schlechte Nachrichten. Dann aber auch jetzt leicht positive Tendenzen zum Wochenende hin. Der Wirtschaftsindex bzw. der Einkaufsmanager-Index aus der Industrie war positiver als erwartet. Hier sehen wir aber, dass auch Property Giant Country Garden Rekordverluste verbucht hat. Wir sehen, dass die chinesische Regierung enorme Geldspritzen machen muss. Hier hat TED-Talks Marco das nochmal festgehalten. Die People's Bank of China hat 209 Billionen Yuan, nicht Billionen, Milliarden Yuan, also ungefähr 30 Milliarden, reingehauen. Gestern auch nochmal 382 Milliarden Yuan, also ungefähr 50 Milliarden Dollar. Ungewöhnliche Prozesse. Das sind, wie gesagt, Tagesinjektionen. Und wir hatten ja die Zinssenkung schon gesehen. Das sind die Maßnahmen, die eigentlich eben wirklich an einem Tiefpunkt der Wirtschaft starten oder an einem Punkt, wo die Wirtschaft genau darauf hinausläuft. Und man sieht das sehr schön. Das ist eigentlich quasi das vorgespult, was wir dann hoffentlich nächstes Jahr erleben. Eine Korrekturphase und dann aber eben auch wieder positive Signale, wie jetzt zum Beispiel den Einkaufsmanager-Index oder andere Daten, die jetzt wieder ein bisschen mehr Hoffnung machen, dass China hier nicht ganz verloren geht und die Weltwirtschaft dann auch entsprechend wieder mit ankurbeln kann. Also das mal als optimistisches Signal, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich auch eine bzw. in allem Schlechten ist etwas extrem Gutes. Und Schlechtes am Aktienmarkt bedeutet für mich immer Chance, mehr aufzusammeln. Ansonsten Global Shares in diesem Monat schwächer, der schwächste Monat in diesem Jahr. Zinsunsicherheit, aber ganz ehrlich Leute, Korrektur muss auch mal sein. Würde ich jetzt nicht für so hart sehen. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist eine interessante Grafik, die Game of Trades nochmal geteilt hat. Also die Verzinsung quasi von Cash ist besser, als gerade mit Aktien unterwegs zu sein. Das ist etwas, was dann auch immer wieder mal passiert ist in der Vergangenheit. Auch hier Erinnerungen an Rezessionen, bla bla. Ist gerade nicht gut. Lohnt sich vielleicht einfach mehr in Yields zu gehen. Ganz klar, bei den hohen Renditen lohnt es sich eben auch, und das machen viele Marktteilnehmer, sich an die Seitenlinie zu setzen, die hohen Zinsen mitzunehmen und dann auf den Moment zu warten, wo sich dieser Spread wieder ändert. Nämlich dann, dass der Aktienmarkt, der vielleicht teilweise schon überbewertet ist, wieder ein Niveau erreicht, wo man sich wieder mit Fantasie in die Märkte stürzen kann und hier auf Gewinne spekuliert. Also macht euch da keine Sorgen. Das sind immer viele Grafiken, Daten, Statistiken. Am Ende des Tages gilt das langfristige Ziel, und das bei mir auch nicht zwei Monate oder zwei Wochen oder was, auch nicht zwei Jahre, sondern wirklich 10, 20 Jahre langfristiges Anlegen. Rechnet das euch aus. Wir haben einen Zinsrechner bei uns auf der Seite. Zins ist Zinseffekt. Das Allerschönste, was es gibt, sich anzuschauen, wenn es um Vermögensaufbau geht. Wir gucken jetzt in die nächste Woche. Da sehen wir nichts. Ja, es passiert auch nichts. Es gibt eigentlich, ups, sorry, nichts Relevantes, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Eine ruhige Woche, die auch am Montag ein Labor Day in den USA hat, also nur vier Handelstage, wenig Impulse. Für mich dann eher die Tendenz auf schwächere Märkte, vielleicht auch eine Stabilität, aber nichts wirklich, was jetzt Bäume ausreißt, wenn vielleicht nochmal irgendwelche Aussagen von Notenbänkern kommen, oder, 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 kann das auch nochmal wieder ein bisschen positiver aussehen, aber nichts, was jetzt meiner Meinung nach wirklich das Ruder komplett in eine Richtung reißen würde. Entsprechend sind wir auch in Bezug auf die Marktpsychologie weiter. In der Disbelief Rallye, die eine Korrektur sich bewegt, immer mal wieder hoch und runter geht, aber das ist so für mich ein bisschen die Marktphase, in der wir uns bewegen. Depressiv ist das nicht, das ist eher im Kryptobereich depressiv, aber irgendwann wird eben auch nochmal eine rote Phase kommen. Ich hoffe früher als später, wenn sie ausbleibt, ist das wirklich nicht gut, Leute. Wenn die ausbleibt, ist das meiner Meinung nach schlecht, denn das bringt weiter Marktunsicherheit und auch das Wachstumspotenzial dann von dem Punkt, wo man quasi wieder startet für einen Wirtschaftsaufschwung, das ist einfach nicht so hoch, wie wenn man wirklich am Boden liegt. Das ist einfach ganz normal, da ist einfach mehr Potenzial, das möchte ich für mich gerne haben. Mein Wunsch für die nächsten Monate. Finanzwissen Newsletter, da könnt ihr euch auch Wünsche erfüllen, nein, da kriegt ihr auf jeden Fall aber auch Tipps von uns, Deals, Angebote, aber vor allem auch alles Aktuelle rund um die Finanzwelt und eben auch alles Nennens und Wichtige, was ihr so braucht und lernen könnt. Guckt regelmäßig drauf, Finanzwissen.de, auf jeden Fall eine gute Quelle für finanzielle Bildung, hoffentlich. Wenn euch das gefällt, dann liked das gerne, kommentiert hier, zeigt YouTube, das ist relevant, Finanzwissen ist relevant, ich würde mich mega freuen. Danke nochmal für den Support bei dem Comdirect Award. Ich werde natürlich sagen, wie das Ergebnis ausgefallen ist, sobald ich es weiß. Ich bin schon sehr gespannt. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, genießt die Zeit, ich werde es tun und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin und Ciao.